Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin heute in der Zillertal Arena unterwegs, jetzt schon auf der Seite vom Gerlos. Ich habe überlegt, ob ich euch überhaupt mitnehmen soll, aber das Panorama ist zu cool. Deswegen schalten wir mal ein bisschen ein. Das Wetter ist wirklich mega. Schnee könnte mehr sein, muss man ehrlich zugeben. Aber Panorama ist der Hammer. Also das könnte kaum besser sein. Und zum Fahren geht es eben auch richtig gut. Deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich mal auf die Piste. Ich bin heute in der Zillertal Arena. 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 All right, Chandler. Oh, we're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold, and we don't know any way, very dear. We try to understand how it all started to go wrong. Look at the sea, it's way too deep, yeah, it's deeper than we could have gone. Look at the sea, it's way too deep, yeah, it's deeper than we could have gone. Oh, shit. It's cold. So why do we hold? Mit der Kauze, am Gettyp-Trell. Cool. So, it's breaking us apart. Wie heißt er denn, der Gipfel? Heißen tut unser Gipfel übrigens Königsleitenspitze und er war hart zu erklimmen. Oh wei, so leicht sind die Leute aus dem Konzept zu bringen. Ja, ich wollte gerade präsentieren, wie weit es vom Lift war. Wir stellen euch das so gut drin, men es muss aus dem Land essere. Mit der Bühfel ist die watch und hier ist die Zeit, die wir es aus dem Namen verfahren. Sehr gut. Jetztsciend ist das einfach, was du bereitstieg? Du wirst so weit weg. Du wirst so weit weg. Du wirst so weit weg. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020